ja guten morgen zusammen wir sind nun am ersten hafen angekommen in agoruna heißt es gab die fahrt hier her war wirklich für mich sehr toll ich glaube für viele gäste nicht so von dem her ich habe es natürlich genossen weil ich liebe wellen ihr werdet das jetzt auch gleich sehen war echt wie gesagt für mich richtig toll wir hatten gestern den ersten advent und es war richtig cool werden kleinen weihnachtsmarkt an bord war echt richtig schön ich weiß für euch ist bereits weihnachten und neuer vorbei und ich hoffe ihr hattet eine wunderschöne zeit bei mir steht es noch vor der tür von dem her ja wie gesagt wir sind jetzt in la corona angekommen ich war hier schon mal mit der weltreise heute wird es ein sehr kleiner ausflug und zwar schauen wir uns ein paar highlights dieser stadt an dieser region an das ist nur eine kleine busfahrt etwa zwei stunden von dem her schauen wir doch einfach mal was wir alles sehen und habt spaß beim zuschauen so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020